Ich weiss noch, ich habe keine Flasche mehr. Da muss er Uli mit seiner Whiskyflasche holen. Jetzt kommt er doch mal zu Hause. Uli mit so einer Flasche. Mensch, ich kenne die. Aber der hat immer was in der Tasche. Mir hat er seine erotischen Sachen noch nicht erzählt. Ich habe schon mit jemandem in der Halle, aber noch nicht ganz so. Vielleicht hast du das auch falsch verstanden. Vielleicht hat er ironisch gemeint. Nein, nein, nicht mir. Andere Leute hat das erzählt. Der andere Leute hat das erzählt. Hat man das auch festgehalten für die Ewigkeit? Oh, gestern war ich beim Schienen, beim Frühstück. Er ist ein junger, ganz schlanker Typ mit vier Sträufen.